Die neueste Podcast-Episode von Meinungsmonopol bietet einen exklusiven Einblick in die Welt von Thomas Kemmerich, dem Landesvorsitzenden der FDP in Thüringen. Im Interview mit dem Podcast-Gastgeber Robert Langer beleuchtet Kemmerich aktuelle politische Themen und gibt Einblicke in seine Sichtweise zu brisanten Themen, wie den Bauernprotesten, Demonstrationen gegen Rechts und der jüngsten Austrittswelle aus der FDP. Herzlich willkommen, Herr Thomas Kemmerich aus Thüringen. Schön, dass Sie kurzfristig Zeit haben für mich, weil mich treibt gerade aktuell was um. Wir haben Demonstrationen jede Woche, Bauernproteste, Unternehmer fragen mich, Mensch, wie geht es weiter? Die Politik dreht durch, die Leute wollen irgendwelche Lösungen oder ein bisschen Planbarkeit im Leben haben. Und jetzt aktuell kommt das Thema noch, wird rechts.